Ihre tägliche Andacht aus dem Buch Maranatha Der Herr kommt Geschrieben von Ellen G. White Heilung kann vom Teufel kommen. Seid nüchtern und wacht, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wenn er verschlinge. 1. Petrus 5, Vers 8 Die satanischen Irrtümer haben sich vervielfältigt, und alle, die vom Vaterwahrheit abweichen, werden die Orientierung verlieren. 2. Weil sie keinen Halt haben, nirgends verankert sind, werden sie von einer Täuschung zur nächsten treiben, von den Winden merkwürdiger Lehren hin und her getrieben. 3. Satan ist mit großer Macht herabgekommen. 4. Viele werden durch seine Wunderzeichen getäuscht werden. 5. Ich bin beauftragt zu sagen, dass in der Zukunft große Wachsamkeit nötig sein wird. 5. Es darf im Volk Gottes keine geistliche Beschränktheit geben. 6. Böse Geister sind darum bemüht, das Denken menschlicher Wesen unter ihre Herrschaft zu bringen. 7. Die Menschen roten sich zu Bündeln zusammen, bereich durch die Brände der letzten Tage verzerrt zu werden. 7. Alle, die Christus und seine Gerechtigkeit missachten, werden die Spitzfindigkeiten annehmen, von denen die Welt überflutet wird. 8. Christen sollen nüchtern und wachsam sein und standhaft ihrem Feind, dem Teufel, widerstehen, der wie ein brüllender Löwe herumschleicht und sucht, wenn er verschlingen könnte. 9. Unter dem Einfluss böser Geister werden Menschen Wunder wirken. 10. Wir brauchen nicht verhört zu werden. 11. Erstaunliche Szenen, an denen Satan unmittelbar beteiligt ist, werden sich schon bald ereignen. 12. Gottes Wort erklärt, dass Satan Wunder tun werde. 13. Er wird Menschen krank machen. 14. Dann wird er seinen satanischen Einfluss plötzlich von ihnen abziehen. 14. Sie werden dann als geheilt betrachtet. 15. Diese scheinbaren Heilungen werden auch siebenten Tags Adventisten auf die Probe stellen. 15. Wenn Menschen durch die Heilungen geschehen, aufgrund dieses Geschehens geneigt sind, ihre Vernachlässigung des Gesetzes Gottes zu rechtfertigen und weiterhin ungehorsam sind, obwohl sie gleichzeitig große Macht haben, Gewaltiges zu tun, 15. Dann folgt daraus nicht, dass sie ihre große Kraft von Gott hätten. 16. Im Gegenteil, es ist die wunderwirkende Macht des großen Betrückers. 17. Er ist ein Übertreter des Sittengesetzes und wendet jeden Trick an, den er beherrscht, um Menschen über seinen wahren Charakter irrezuführen. 18. Wir wurden davor gewarnt, dass er in den letzten Tagen mit Zeichen und lügenhaften Wundern arbeiten werde. 18. Und er wird mit diesen Wundern bis zum Ende der Gnadenzeit fortfahren, damit er sie als Beweis dafür hinstellen kann, dass er ein Engel des Lichtes und nicht der Finsternis sei. 19. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag. Gott mit uns. 2. Bis zum Ende. 22. Im Plöden